Und da sind wir, ich, wieder. So, wir waren dran mit den hier, äh, die Star-Touren. Guckt euch das mal an. Für eine gewisse Zeit. Und denkt euch euren Teil dabei. Ne? Okay. So. Ich tippe mit den Top. Und jetzt. Da runter springen. Ah, ne, 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 sie guckt, 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 guckt doch nicht. Ich dachte, man könnte sich daran... Fehleinschätzung. So. So. Oh, jetzt so, äh, da hoch und dann... Warte, da kann ich ja wieder hoch. Was hab ich denn da erfahren? Ah, ne, warte. Zack. Wursch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, ich bin echt erschrocken, ich hab mir gedacht, was soll der Scheiß? Oh, aha, Leute. War ja gar nicht geil. Ne Idee. Nein. Lass mal auf. Doch nicht, okay. Ah, ne, warte, warte, warte. Ja, doll. Komm, 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 komm. Oh, mir die Peck. Ich bin mir sicher, bei diesen Krokodil, Viechchen oder Schlangenmenschen, die, die ich davon... Hängen sie mit dem Gesicht zur Mauer an einer Stange, drücken sie irgendwie so zu entf... Hä? Oh. Und hab mich jetzt davon... Plop. So, mäm, mäm, mäm. Hier, wie? Nee. Ach, komm, denk mich doch, ey. Ich war eh hier hinten. Oh Gott. Da geht's runter. Ja, da nicht. Tot. Naja, aber schwerfällig. Ich glaub, dafür war das Mini-Pick, dass man sich jetzt schon dachte, was ist das für ein Trottel. Oh, ich war knapp, ne, aber hat genutzt. So. Ich hab die erstmal gehört, ja? Jetzt mal wusste ich, dass welche kommt. Ich hab's gehört. So. Aber warum geht euch die Mew und versteckt die da, wenn da eh nix drin ist? Mit, äh, nicht, Midi-Pack. Speicherpunkt, Midi-Pack. Wie kommt schon Speicherpunkt auf Midi-Pack? Ähm. Ich tippe, weil das da hoch muss. Wir haben zwei Wege. Ich verschreibe mal den Weg der Steine. Okay, überall sind Steine, ne, aber... Das sind die, die aus der Wand hervorragen. Hervorstechen. Die prägniert sind. Das ist die prägnierte Wand. So. Ja, mal da hoch. Ich hab so ein richtig ungutes Gefühl. Aufgrund dieser... Was stellt das da? Was ist das für ein Typ? Tönnies. Äh. Erkommt ja irgendwas fest. Die Leute... Da... Ich kann so etwas nicht gut analysieren. Moment, sind wir nicht schon hier am... Ist das nicht der Anfang? Weil wenn ja, dann ist das natürlich so etwas wie... Du bist im Kreis gelaufen. Ich bin im Kreis gelaufen. Hurra. Oh, doch nicht. Nicht ganz. Nichts weiß ich auch... Aha. Oh Gott, das soll... Oh Gott, das wäre tödlich geendet. Ich hab grad gesehen und ich dachte mir nur... Oh mein Gott. Oh Gott, die stirbt gleich. Doch nicht. So, ähm... Ich muss hier hin? Alter? Ich weiß es nämlich nicht. Ich weiß nicht, was ich hier hinbekommen bin. Oh nein, was? Jetzt wie sie enden. Ich ahne was. Oh. Das ist jetzt nicht so... Hör. Ja, aber... Oh Gott, was ist da? Warte, 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 warte. Könnte ich auch schon... Nein. Moment. Oh, ich hab geklingelt. Einen Moment. Okay, das betraf nicht mich. Äh. Ich war grad fast schockiert von den Typen... Von den Typen, die da rum... ...stratzen. Ne, ich weiß nicht. Oh Gott, was war das? Das sind meine Gegner, die jetzt kommen. Ach, das war nur dafür. Ich hab irgendwas mehr erwartet. Oh nein. Oh Gott, es hat geklappt. Es hat geklappt. Nein, du sollst da... Oh, hab ich gesagt. So meine ich das. Genau so. Da war der Spannung, da habe ich grad Angst gemacht. Oh Gott. Ich steh mich an, deutlich kommen welche aus den Löchern hier oben. Oder sonst wo. Huah. F***. Äh. Könnte ich auch noch... Nee. Cut, man. Schade, das gibt's natürlich nicht. Aber ich glaub, ich hab das... ...Rätsel. Verstanden. Aber Moment, ich will grad fast gucken. Bin ich doch hier? Egal, okay. Komm. Na, ich wusste es. Jetzt kommt natürlich die Frage, wenn du's noch gewusst hast, was hast du so getan? Frage ich mich grad selbst auch. So, ja hoch. Oh. Okay. Ähm. Ich hätt mich erstmal gleich, ist da einer und will mich döten. Toten, ja. Mich toten. Klarer. Okay. Sack. Oh. Nein, 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 nein. Gott, ich dachte... Ich dachte mir gerade die ganze Zeit nur... Was? Das Ding fällt ja runter. Ich dachte, das fährt... Und dann dachte ich mir einfach nur... Oh Gott. Speicherpunkt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war gerade sowas von... Oh scheiße. Oh kakakakakakakakakakakzione. Der ist jetzt speichernd hoch, das ist natürlich der Weg, ne? So, hier ist es rein. Warum hast du dich ja von Anfang an gemacht, ne? Aber sie sind jetzt futsch, die sind weg, ne? Ja, erfolgreich. Die was auch immer hier erledigt. Gott. Also wenn sonst... Das sind noch mehr. Dafür steht die rote Farbe an den Säulen. Oh Gott. Glück, dass ich das nicht gehört habe. Okay, ich habe mir grad hier wieder ein Deathmatch geliefert, wobei ich einmal flirten ging. Boah, hier sind überall so viel Räum... äh, Räum... ja, Räumlichkeit, wo man hingehen kann. Das machen wir dann im nächsten Part. Und ich denke mal, das wird dann interessant. Bis zum nächsten Part und tschüss.